Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Vor wenigen Tagen haben die ostdeutschen Ministerpräsidenten getagt und eine Erklärung verabschiedet, dass sie einen Einstieg zum Ausstieg aus den Sanktionen gegen Russland wollen. Ein neuer Ansatz sei nötig. Die Perspektive liegen nur im Miteinander. Wir sagen ganz klar, das ist eine richtige Erklärung. Wir unterstützen das ganz klar von der Linken. Wir sagen das nicht nur aus den Überlegungen, die durchaus berechtigt sind, dass die Sanktionen gegen Russland der wirtschaftlichen Entwicklung massiv schaden, sowohl in Deutschland als auch in Russland. Wir sagen das auch aus grundsätzlichen Überlegungen. Das war einer der Gründe, warum wir als einzige Fraktion hier im Bundestag von Anfang an gegen diese Sanktionen waren, gegen die Wirtschaftssanktionen, weil sie nämlich immer die Zivilbevölkerung treffen und weil sie die Kooperation behindern und jetzt in einer Konstruktion angelegt sind, die einen Ausstieg relativ schwierig macht. Wir haben vorhin die Debatte zum Umgang mit dem völkerrechtswidrigen Einmarsch der Türkei im nordsyrischen Afrin. Wir haben hier nicht Wirtschaftssanktionen gefordert, weil das der falsche Ansatz auch hier wäre. Wir fordern hier eine Ende der Rüstungslieferungen an die Türkei, aber eben keine Wirtschaftssanktionen. Das ist ein grundsätzlich falscher Ansatz. Aber es gibt auch einen konkreten Punkt. Die jetzigen Wirtschaftssanktionen werden verknüpft mit der Umsetzung der MINZ-2-Vereinbarungen. Die MINZ-2-Vereinbarungen, die wir unterstützen, sind Vereinbarungen zwischen der ukrainischen Seite und den Separatisten im Osten des Landes, die wiederum von Russland unterstützt werden. Es gibt aber nur eine Koppelung, eine Sanktion, eine Sanktionskoppelung an einen Konfliktpartner, obwohl es zwei Konfliktparteien gibt. Es gibt keinen Druck, auch auf die ukrainische Seite, die durchaus auch Konfliktpartner ist. Das geben ja auch die OSZE-Berichte aus der Region immer wieder, keinen Druck, ihren Anteil zu erfüllen. Das führt sogar dazu, dass es kein Interesse bei einigen Kräften in der Ukraine gibt an der Umsetzung, weil sie sozusagen diese Wirtschaftssanktionen weiter vollführen wollen gegen Russland. Wir halten diese Konstruktion für völlig falsch. Da muss dringend ausgestiegen werden. Das auch vor dem Hintergrund, dass gegenwärtig im ukrainischen Parlament ein Gesetz diskutiert wird, das explizit als Alternative zu MINZ-2 dort diskutiert wird, das dem Präsidenten die Möglichkeit gibt, das Militär in allen Regionen des Landes im Inneren einzusetzen. Die Opposition läuft dagegen Sturm. Das wird sozusagen MINZ-2 ersetzen oder soll MINZ-2 ersetzen. Wir lehnen das ganz, ganz deutlich ab und erwarten, dass auch von der Bundesregierung entsprechende Signale kommen. Meine Damen und Herren, wir haben letzte Woche die OSZE-Verträge gefeiert, die Aussöhnung mit Frankreich. Wir unterstützen diese OSZE-Verträge oder haben das unterstützt, 55 Jahre. Leider hat es eine solche Aussöhnung mit dem anderen großen historischen Gegner Deutschlands in zwei Weltkriegen nicht gegeben mit Russland. Wir wünschen uns sehr, dass es eine solche Aussehnung gibt. Wir haben morgen, den 75. Jahrestag der Kapitulation der Wehrmacht in Stalingrad. Teil unserer Fraktion ist der Einladung des Bürgermeisters in Wolgograd gefolgt. Wir finden das richtig, daran zu erinnern. Wir bedauern das außerordentlich, dass die Bundesregierung hier nicht bereit ist, entsprechende Gedenkveranstaltungen zu machen. Frieden in Europa wird es nur mit Russland geben. Wir wollen keinen neuen Kalten Krieg. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hunco. Als nächstes für die CDU-CSU-Fraktion die Kollegin Elisabeth Herr Präsident, meine Damen und Herren. Vielen Dank.